Sie befinden sich hier bei uns in einem Landgasthaus. Wir haben ein rustig als heimeliges Beiz. Wir haben ein schönes Panorama-Restaurant, wo Sie eben diese wunderbare Aussicht haben über das Pünnstal. Haben Sie Lust auf ein bisschen ein feines rohes Fleisch? Dann sind Sie mit dem Tarta bei uns sehr gut bedient. Oder sogar ein thailändisches Gericht. Das alles bieten wir Ihnen. Ebenfalls finden Sie wunderbare Desserts, die bekannt und berühmt sind in der ganzen Umgebung. Gleichzeitig lädt natürlich unseren Weinkeller ein, um ein feines Schlückchen Wein zu probieren. Die grösste Herausforderung für uns ist, dass wir zu Abend sagen können, dass sich der Handwerker, der bei uns das 9 Uhr gegessen hat, der Unternehmer, der seine geschäftlichen Beziehungen mit einem feinen Business Lunch gepflegt hat und der Nachmittagsgast, der einfach in Ruhe mit dieser wunderbaren Aussicht seinen Tee trinken konnte, dass diese alle zufrieden sind. Das Linden-Team ist sieben Tage in der Woche für Sie da. Wir freuen uns, Sie baldmöglichst bei uns begrüssen zu dürfen.